Was derjenige sagt, der Schmerzen am Körper verspürt, leg deine Hand auf die Stelle deines Körpers, an der du die Schmerzen verspürst, und sage dreimal, Bismillah, 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 im Namen Allahs. Danach sage siebenmal, A'udhu billahi wa kudratih min shaddi ma ajdu wa uhadhir. Ich suche Zuflucht bei Allah und seiner Macht vor dem Übel, das ich vorfinde und fürchte.